Wir haben das letzte Spiel gewonnen und wie siehst du jetzt aufs Final Four? Was glaubst du erwartet euch da und wie wird es ausgehen? Also zuerst schön dich wieder zu sehen, ich freue mich sehr besonders. Also Erwartungen Final Four, das wird, wie man gesehen hat, ganz enge Final Four. Wir wollen natürlich auch gewinnen, das wird in Folge unser 10. Titel, also Hallefeld. Und ich freue mich auch besonders, dass wir endlich mal auch am Klopsplatz spielen können. Sehr schön, sehr schön. Und habt ihr jetzt auch ein paar verletzte Mädels? Wären die fit bis zu Final Four? Ja, wir haben sowieso viele Ausfälle. Vor einem Monat bei Europa Cup 5, aber ich hoffe, dass die, die jetzt heute verletzt waren, auch im Einsatz werden. Sehr schön, danke. Viel Erfolg für Final Four. Danke. 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 Danke.